Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fällt der Glaube. Wir alle kennen diesen Satz aus Goethes Faust. Er ist für uns zu einem geflügelnden Wort auch in unserer Zeit geworden. In zwischenmenschlichen Konflikten, in der Partnerschaft, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, vor Gericht und auch im Glauben. Der Apostel Thomas hatte auch seine Zweifel an der Auferstehung Jesu. Am Tag, als Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal erschien, war er nicht dabei. Er hatte den Termin verpasst. Nun ärgert er sich mehr über die Schwärmerei seiner Kollegen, als dass er glauben könnte. Doch der auferstandene Jesus zieht sich nicht brüskiert und beleidigt zurück. Er nimmt die Zweifel des Thomas ernst. Er geht auf ihn zu. Und das ist auch für uns tröstlich und beruhigend. Gott nimmt auch unsere Zweifel, unsere Fragen ernst. Das ist legitim. Stellen Sie deshalb im Gebet Gott ruhig Ihre Fragen. Wir kennen alle den Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es gibt aber eine Alternative zu diesem Satz. Ich würde sagen, eine christliche Alternative, die wir mit Thomas sprechen sollten. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und bleiben Sie alle gesund.